Ich will so ein richtiger Heroin-edict werden, Alter. Ja! Ja! Okay, nice. Alter, du musst mir die Aufnahme um jeden Preis schicken, Alter. Wir sind nicht abschließen? Was? Ja, aber ich... wie tun die Menschen leid, weißt du? Und... lebt in der falschen Welt. Dann sollen wir noch ein bisschen gutes Herz haben. Okay, cool. Unlimited Power! Ich nehme einfach das Geld von den Leichen, die der abgeschossen wird. Könnt mich gewinnen lassen, damit ich Kohle bekomme? Äh... Du kriegst doch so Kohle, wenn du siehst. Aber nicht so viel. Ach, schon. Ja, du verdienst das Geld. Verdienst das Geld, wenn du damit machst. Ja, tust du. Okay, die mehr ist halt fett. Jakob, jetzt komm mal rein. Müssen wir doch vorher sagen, dass ich keine Menschen erschießen darf, bevor ich ein Auto fahren will. Warte mal, ist das mit Fliegen? Ja. Aber es ist geil. Sicher, dass das so geil ist? Wie geht das? 8456 ist die Hauptfeuerung. Höhe, Tiefe, links, rechts. Und BLSD musst du einfach parallel immer noch dabei machen. Keine Ahnung, du wirst es schon merken. Es ist nicht so schwer. Fick dich. Alter, Blonded Radius, Los Santos geht richtig ab. Oh lol, das ist die Map. Boah, ich seh mich jetzt schon so... Verrecken. Ey, aber die Map ist cool. Also man muss jetzt schon fliegen, oder wie? Du springst fliegt, man. Oni ist so rant. Lass da gerade raus. Alter, Johnny. Ey, Mann. Ciao. Ciao, Johnny. Ja, wie seht ihr die Namen? Seht ihr Scheiß? Ja, nicht so richtig, aber man sieht die Namen schon automatisch. Brother, Simon, ich bin Helicopter. Fuck. Ciao mit mir. Ich bin so eine richtig schmutzige Helicopter. Ich bin auch Phobias. Why? Von wegen, die Map ist gut, Alter. Hä, meiner gibt keinen Gas. Ja, meiner auch nicht. Ja, ihr müsst aber, wie heißt die, immer noch drücken. Flieg mal nach unten. Simon. Bro, das macht mir auch keinen Sinn bei denen. Wie fliegt man nach unten? Ey, wie fliegt man nach unten? Wie fliegt man nach oben? Ahhhh. Wir hören dich übrigens schon wieder nicht, ne? Wir sind gemütet. Ey, weiter. Bro, das macht überhaupt kein Bock, Alter. Ehrlich, was hast du was sagen? Oh mein Gott. Ich bin so ein Gott. Ich bin so ein Gott. Wtf. Zum Glück ist das auf Aufnahme. Ja, cool, Mogens. W- und 5, um hochzukommen. W- und 5, um hochzukommen. W- und 5, um hochzukommen? Okay, ja gut. Und wieso gibt der keinen Gas? Wenn du nicht wehdrückst. Ich pack das nicht. Jo, ich drück W und flieg nach hinten. Alter, ich hasse euch so. Ich fliege einfach in eine komische Richtung. Das ist irgendwie irgendwo gut. Jo, ich sterbe die ganze Zeit. Ihr müsst 5 und W drückung geradeaus nach vorne ziehen. Wann fliege ich nach oben, wenn ich 5 und W drücke? So, ich pack. Kannst du das irgendwie neu starten oder so? In eine andere Land machen? Ja. Ja, wenn die Runde vorbei ist. W- und fahr mit sich. Nein, ich kann es auch so abbrechen. Ja, wenn er qualmt, dann ist er kaputt. Wie kann man denn so eine Scheißsteuerung machen, Alter? Ah, ich glaube, ich check sie. Jetzt sterben wir endlich. Und jetzt fliege ich wieder nach hinten. What the fuck, Alter? Ich verstehe nicht, wie ihr damit so hart wohnt. Ne, wenn man, also wie fliegt man nach vorne? Ey, Bruder, du hast noch nicht 5 Jahre GTA gespielt? Ist das eine Mistgeburt oder was? W und 5. W und 5 und ich fliege nach links. Nein, sie war das auch gestopfen. Undi, 5 auf dem Num-Pad, ne? Ganz rechts auf der Tasse. Ja, ja, ich weiß, was man für das ist. Richt über... Ja, schon klar. What the fuck, Alter? Kannst du Spekt helpen? Ne, kann ich nicht. Wie mache ich den Booster? Ich bin einfach verkehrt rum mit einem Auto gespawnt. Hilarious. Das sind 2 Euro, Alter. Simon, was hast du gesagt? Simon bricht dich doch auch weiter ab. Nein, das geht nicht, dann müssen wir alle noch mal reinlaunchen. Was ist das mit dem Flugzeug, Alter? Wir müssen... Oder wir warten halt darauf, dass Moritz oder ich das beendet. Scheiße, schon wieder so ein schmutziger Heli, Alter. Wie lange dauert das? Also, was geht schneller? Ja, das wie es beenden geht, schneller. Ja, die Fliegen ist so witzig, Alter. Ne, ich find das übel trash. Alter. Ich hab schon überholt. Ich hab schon überholt. Ja, ich komm nicht ins Ziel. Hä? Ja, das steht oben links. Das steht oben links. Das steht oben links, Alter. Das steht oben links. Das steht oben links. Das steht oben links. Das steht oben links. Nein, komm, ich flieg nicht weit genug. Wieso? Ja, du musst... Was macht der also? Scheiße, jetzt ist Flugzeugzeit. Du kannst uns doch nicht direkt die komplette Überforderung geben, Alter. Das war nicht... Ja, Simon, Alter, ohne Witz. Diese Map ist auch so trash. Ist das richtig? Oh, extra fast. Simon, alle hassen dich. Merkst du das? Fahre ich in die falsche Richtung gerade? Ja. Bruh? Digga, Simon, mach einfach, dass es schnell zu Ende geht. Nein, nein. Ich spiel das jetzt zu Ende. Ich will das übeln. Ich will das jetzt auch zu Ende. Ich spiel das schon jetzt übeln. Nee, ich hab jetzt ein Dreimal bis hier fertig seid. Das kann doch nicht sein, dass man 3 und 5 nach links fliegt. Du kannst das Flugzeug durchfliegen. Damit du halt dich ins Flugzeug verwandelst. Alter, Olli, was tust du? Das war nicht schon der richtige Weg, oder wie? Und mit A und D, Olli, mit A und D kannst du dann links und rechts machen. Du fliegst gerade ein bisschen zu weit nach unten. Du musst mehr, ähm... 5 ist glaube ich nach oben. Du musst mehr 5 drücken, um nach oben zu kommen. Nein! Ist das schon noch eine zweite Runde? Nein! Olli, du musst nach rechts, äh... Olli, du musst nach rechts irgendwo hinter dir. Nach rechts! Zweite Runde! In die Röhre! Nein, Olli, wo fliegst du hin? Ah lol, da! Oh mein Gott, wo bist du denn rumgeflogen? Hast du die Steuerung wenigstens? Simon, ich will dafür aber auch Kohle haben. Olli, ist die Steuerung okay jetzt? Du fliegst so gern gegen... Wie geil sah das denn aus? Oh mein Gott! Ja! Hast du das aufgehoben? Okay. Fucking Helikopter-Action! Hehehehe! 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 Bruder, mach runter! Nice, Olli! Seid doch gut aus! Nicht zu weit! Ähm... Olli, wo fliegt du gern? Ich hab genau dasselbe... Nein! Dann drück... Drück mich nicht mehr weh! Drück es stattdessen! Oder freck einfach! Kannst doch noch in den Boden fliegen einfach! Ja, versuch auf die Seite genau! Ja, das sieht gut aus! Ähm... Das tust du! Alter! Never, alter! Das ist so... Ja, Auto! Nein! Nein! Alter! Ja, alter! Nein! Nein! Jetzt kommt, ähm... Auto mit Rakete, glaub ich! Doch! Gezeugt! Was? Da ist Olli! In der zweiten oder ersten Runde! In der zweiten oder ersten Runde! In der ersten Runde! In der ersten Runde! Okay! Flugzeug geht! Flugzeug geht! Flugzeug geht! Alter! Okay, jetzt musst du! X drücken! Drück X! Jetzt muss es zum roten Punkt! Die rote Plattform! Und... Nein! So nicht! Nein! Flieg nach unten, damit du verreckst! Du musst verrecken! Wie Olli, das ist nicht real! Okay, Olli, drück mal! Mach mal Buß und dann drück 8 oder 5! Oder beides! Ja! Ja! X dritten! Ja, genau! Und jetzt... Nein, nein! Nicht nach unten! Und du musst aufs rote! Aufs rote! Und nicht nach unten! Ja! 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 Du bist ein Gott! Ja! Kann ich ins Ziel fahren, Leute! Nein! Ich will als Erster ins Ziel! Ich weiß nicht! Du musst aber nicht erst sein! Moritz ist schon... Ja! Simon, ist auch schon nächster Ziel, oder nicht? Bin ich zweiter! Nee! Ich hab die ganze Zeit da gewartet! Damit Johnny zweiter wird! Ende des Renns sind 20 Sekunden, Alter. Das ist so arsch, Alter. Das ist so crazy. Ja, es ist vorbei. 20 Minuten haben wir für diesen Scheiß gebraucht. Oh mein Gott. Nie beendet, Alter. Das ist ja Helikoptersteuerung. Unnormal arsch, Alter. Das ist crazy. Das ist locker, ich mach ja lustig, Alter. Dieser Mann. Kapuz. Okay, ich mach jetzt was ohne Helikopter. Alter, wie viel Kohle. Ich mach jetzt was mit Ugo. Alles worth it, Alter. Wie mach ich jetzt mit Felsen? Wenn ihr lebt, 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 wenn ihr lebt. Beste Runde bei Oli, keine. Ich will nächste Runde zweiter sein. 11, das ist Zeit. Ja, Simon, warum muss ich an deinem Club Geld bezahlen? Ihr blättert mir alle mit Euro. Warte, aber wenn du kurz wartest, dann kann ich dir eigentlich einen Club gerade setzen. Nee, ich bin jetzt reingekommen. Ich will nicht in deinen Club. Ich will Laden auslaufen. Der Moment, wenn du einen Polizeiwagen klaust. Und wir gehen ab, Alter. Hammer. Okay, das ist mir genug. Ich will jetzt Nutten erschießen. Ich will jetzt Nutten erschießen. Simon und ich gehen auf ein Abenteuer. Du hast aber auch das komplette Cracked-Juncle-Outfit. Ja. Das will ich, Alter. Nimm die fucking Kohle-Mund. Du lachst dir gleich dein Gesicht weg. Oh, in die Richtung. Oh, ja. Okay, let's go. Ey, das sind Simon und so auch gerade. Genau in dem. Fuck. Yo. Okay, dann gehen wir in den dahinter. Dahinter ist noch einer. Einfach straight weiterfragen. Oh, ich bin so ein Party. Ja. Fahr. Flieg. Deswegen haben wir 5 Sterne Eier. Weil die fast da nicht jetzt sind. Jungen, ihr seht hier viele Kops. Guck auf die Messe. Zack. Granade. Zack. Granade. Und. Zack. Granade. Und. Tschüssing. Feuerwerk. Ich finde unser Squad ist viel cooler so. Der Heroin-Junkie und der Typ mit dem fliegenden Fahrzeug. Könnte so eine coole Sci-Fi-Vorlage sein. Aua. Alter, ich werde abgeschossen. Die Meriwether-Wachen müssen wir erledigen. Oli, erledige mal hier die Wachen. Mutter, ich erledige Johnny. Nein. Alles rot markierte. Okay, wir haben alles. Und jetzt? Was müssen wir machen? Johnny, wir müssen warten, bis so ein Flugzeug vorbeikommt und die Ladung abwirft. Und dann haben wir richtig. Die Ladung ist halt richtig fertig. Ey, da kommen noch mehr Helis. Die Helis. Oli, die Helis. Okay, fett. Dann weg hier. Johnny, komm rein. Wieso nehmen wir nicht einfach das ein? Warte, warte. Simon, du musst uns doch in den Club einladen, alle. Weiter links, oder? Ich will die Motorradfahrer überfahren. Was? Ja, ja. Ich fahre Brecher. Ja, easy. Es war bombenmäßig. Okay, ich fahre dann mal eine Runde zu meinem Übergabe, oder? Fahr mal weg zum Flughafen. Sorry, ich habe hier gerade einen Menschen zusammengetreten. Ja, rein mit dir. Yo, schieß mich mal nicht. Yo! Warum hast du ihn erschossen, Alter? Ich wollte das Auto erschießen. Ich wollte das Auto erschießen. Oh, lieber Skräm-Renski wollte das Auto erschießen. Ciao, ciao.